willkommen der neue folge mit der pläne wovon er nichts weiß aber er mit ich habe das essen vergessen auf dem lagerfeuer ich brauche ich falten haus mach ruhig kommst du jetzt mitnehmen das rest ist letztes gesagt das ist in ruhe lassen ich beobachte dich ich ziehe ich zieh dir irgendwann sich die leine an dass man folgt eben jetzt so viel man dankeschön ich bin weg eigentlich ist wahrer begebenheit ich habe wir haben uns alles reddys sind geschwister ihre eltern mal geschwister hallo das ist die schwester hallo ich habe ich auch gemerkt irgendwas ist irgendwas ist heute falsch irgendwie ist alles gekriegt einfach weil der da oder der da hast du noch ja ich war ich kann das die leute damals mal gesehen haben bei mir wissen dass ich fahre du kannst gar nicht von 30 wird gebrachten da gibt es einen witz die bei mir nicht mehr mit dem steuer auf diesen berg dort hinten gelb rechts von uns ja ich bin mal ein bisschen stehen immer was voller unter da 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 hallo lieber bei war bin ich immer reingesprungen aber ein abschied ich führe dich mal äh der ist tot der ist tot ich habe einen verabschluss der ist tot ja der ist tot hier ist er ich bin ein heilmörder ich bin gut ich kann die auch ein selfer welcher hast du eine versicherung für dieses boot äh ich laufe für diesen schrotthaufen brauchen wir Geld für sicherung ok weißt du warum vor allem in so einem kleinen floß haben wir jetzt so was richtig großes gebaut und hier nur so ein schrott teil weißt du warum 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 am steuer das wird teuer hey ist okay mach ruhig ja bei angepasst ja ist leute er kann keine kohle trinken die 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 wir haben gestern vorhin darüber geredet weißt du eigentlich wo ich gerade hingehe ja du kannst es ja den leuten mal erklären was ich vor wir gehen heute nach hamburg ins rotlichbühne na spaß wir gehen jetzt in die warte mal du bleibst halt schön stehen was ist das weiter vor warte mal weiter vor bitte was ist das das frage ich mich auch gerade einfach random gefunden aber ich geh mal oben hin hey was ist das ich kenn das nicht was ist denn das ich geh mal runter hey da kannst du rein warte 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 ich weiß ich habe keine ahnung von dem teil das erste mal so ja was ist das keine ahnung äh ich würde sagen wir erkunden das jetzt mal äh was ist denn das ne ist mal no joke ich habe wirklich keine ahnung äh glaubst du dich ja du hast davon eh keine ahnung das machen wir glauben ähm ähm das spiel hängt äh ich brauche luft da geht's noch weiter hallo äh so trinkt luft wo hast du nachgefüllt äh wo hast du nachgefüllt kam auf i drücken an das man nein du musst weiter du musst rauskommen nirgendwo am luft wo wo da ich höre noch rein da kommt schon luft neuerzeit alter boah das ist knapp ja äh katzke war noch mehr schimmer angestellt geht da weiter runter äh lasst uns das jetzt erstmal hier erkunden bitte äh geht ja noch weiter runter hier gibt es nichts hab ich schon gesehen wir müssen da runter geht weiter ich w-hä wo sind wir g-schampo ja äh da rein da ganz ehrlich scheiß drauf ich weiß nicht wo wir sind aber rein da rein in die olga irgendwie ist es gerade richtig spannend weil ich echt nicht weiß wo wir sind ich habe keine ahnung wo wir sind wir haben hier vorgegeben ich weiß was wir finden ich habe gestern drüber geredet ich wusste das nicht das bein die flossen im kopf abmachen jetzt ist es über drei stunden dort wo die kreuze sind oben drüber also ist es heißen leute die kürze können gleich eine rutsche deswegen habe ich so gesagt dass wir gestern weißt du wie viel geheimnisse das spiel noch offenbart die helligkeit höher stellen würden mit so viel mehr sehen aber ich meine cool dass wir die dinge zusammen ich meine bringt uns viel ich hätte es nicht gesehen ja ich habe darauf nur geachtet ich stehe so was ist das und ich dachte nur so dass sie es ist und das ist ein hau wo ich aus schwarz hinschwimmen ich habe gar nicht realisiert dass es einfach nur ein holzstück ist dein fuß ist mein hals ein neuer kleiner erfolg wir müssen echt mal einfach einfach mal wirklich ein paar hinschwimmen und schauen wo es wo eingänge sind so und dann gibt uns den sauerstoff dafür das ist okay du hast es halt damals in den atemflaschen reine geht das schon du brauchst die atemblasche auf ich habe arbeit für dich auf der kleinen insel da ja jetzt bin ich endlich los Schnell! Flin! Ist doch mal so gut. Ich glaube nicht. Er ist sjuk, oder? Ja, wir brauchen den Panzer jetzt öfter. Ja. Ach so, ja. Ja, mach ich. Warte mal, wir werden jetzt um mir fahren, wenn es geht. Warte mal, wir werden jetzt um mir fahren, wenn es geht. Ja, ok. Ich kann es gerade raus. Ich brauche auch mal, Samo. Ja, ich kippe den Schild. Ach so, du redest wieder Schild. Ich sag, du redest um mir. Danke. Und ich kippe auch mit dir. Dann, äh. Ich brauche, da komm ich wieder her. Ja. Danke. Ich habe schon mal die Animation bei den neuen Spielen, ne? Habe ich mal die Animation mir angesehen? Und die ist so abnormal geil, wenn man die Schildkröten tötet. Okay. Die ist so was von realistisch. Okay. Warte, warte, einige, ich bin dicht. Ich bin 10 Meter in der Höhe gesteckt. Ja, ja. So, so wie ganz mit dem, mit diesem Wagen da, Wolfswagen, gegen, ja, gegen, fährst und so. Uiih, ich blick. Machs. Ja, natürlich. Wo hast du noch ein paar Meter du überblickst? Unterhalte mal ein bisschen die Zuschauer. Was? Es gibt so ein Live-Konzert von Marcel Fischer. Ah klar, ich heiße doch Prästchen mit echten Namen. Das stimmt. Das stimmt sogar. Das stimmt. Bleibt hin, bleibt hin. Wo bist du? Da läuft hin. Mein Name hat Prästchen. Ich habe einen echten Namen Prästchen. Ich bin wirklich Marcel Fischer. Ernsthaft? Ja, ich habe mich noch genannt. Das stimmt. Einfach auf meinen eigenen Brot. Einfach Marcel Fischer. Ich habe überhaupt keinen Namen gewünscht. Oh. Diese Schlucht, gell. Ich bin ja einfach mal, hier bin ich einfach mal hängen geblieben. Und ich würde sagen, jetzt gibt es ein Live-Konzert. Ja, ja. Leute. Atemlos. Du, ich geh... Mein Lied, weißt du? Mein Lied. Überhaupt nicht geschaut. Ah, ja. Ich war einfach atemlos von mir geschämt. Ich weiß, wie gerne ich gerade einfach deinen Nachnamen sagen wollen würde. Ich darf aber das noch nicht hassen. Ja. Weißt du, wo mein Nachnamen findet? Wo? Also, www.haltgefresst.de Ja, Alfred. Hahahaha. Bin nochmal sicher. Hast du bei dem Wasser guck mal, ob du noch irgendwas fändest? Ja cool bleiben wir stehen bleiben wir stehen bleiben wir stehen bleiben wir stehen bleib ich doch kannst du zurück zu den kannst du noch mal zurück in die Insel fahren wenn's geht ganz kurz hat's mir gefallen tun bitte ich hoffe es geht was sollte genau die freunde ist die so da dort soll ich hin ja wo mal platz ist bitte nein nein lasst mich bestehen dankeschön wenn ich ich jetzt einfach zerliegen gelassen hätte ich erfriere ich auch und verhunger dass du fahrst du hin die sattest du hast du bist du wieder an oder die schlechte du willst doch dahin ist gut danke als ob ich diese ressourcen nicht habe ich nicht dann mache ich das doch mal her wenn es jetzt irgendwas unnötiges ist ja ich habe es gemacht ich kann nicht schlafen warum nicht das ding zeigt man ich kann noch nicht wie lange nicht lange und wie lange ist ein strich noch was für ein strich da ist nur noch einzig in dem spiel als patrick Ich kann Patrick töten. Äh, äh. Ich will Patrick töten. Wir sind unsterblich. Guck mal, Patrick. Patrick ist unsterblich? Oh, wirklich nur das Gefühl. Äh, hallo? Oh, was cool ist. Wir dachten, dass jemand mit mir nachgegeben wird. Ah, mag's schön. Äh, so, äh. Habe ich auch gerade geguckt, ob es irgendwo einen gibt. Ich kann schlafen. Warte. Komm, komm, komm. Tritt ein, tritt ein. Warte, ich komm so. Ja, bin, bin noch. Hoffentlich bricht das selten wieder zusammen. Doch. Ja. Über das, was da jetzt in dieser Nacht passiert ist, reden wir mal nicht. Es war, es war schön, nicht mehr. Äh, äh, äh. Oh, wir essen aber. Okay. Oh, wir nacken ja quasi. Oh. Sahsenk Glenn Rath cola lang. Oh, man. Nein, das ist ein... Ich muss aber nicht langer Spuk abholen, wenn du etwa schließt. Ja! Ich hab das... Warte nicht! Da. Ich hab dieses Buch auf. Hier, wo meine Gutscheine. Oder... Oh Mann! mal bitte mehr ins wasser schauen ich war ins wasser das heißt mit deinem kopf unter das wasser gehen das ist möglich der zeigen nein ich würde sagen das war's mit der folge die hatschpresse wissen was sagen